das machen wir haben das kampf ist wieder nicht das geht nicht du musst warten bis jetzt der kampf vorbei ist hat gemerkt so versuchen wir mal hier die die ebene zu klären alles klar dann wünsche ich dir viel spaß in schönen abend noch und wir hören uns dann morgen oder die tage schön abend hier noch und viel spaß beim fernsehen gucken also shift gedrückt halten während des kampfes und dann noch die tasten oben irgendwann mal mit zu betätigen das ist schon eine kunst für sich so gibt es sonst noch was was spielten ihr eigentlich von der klasse alle ja also da spielst du kreuz ritter das ist dein brüderchen kreuz bin ich und ich bin ein anderes monck achso monck genau warum wird denn der eigentlich monck gar ein mönch so was haben wir jetzt da oben blauen gürtel das ja bleibst du dann übrigens bei dem kreuz ritter dann oder nein es geht jetzt so egal die leyen haben wir lang hast du gestern noch gemacht geil die leyen hast du gestern noch mal hurt stone dann noch mal gezockt oder nächste geht ab geht ab geht ab warum drücke ich schon eigentlich jedes mal auf die maus ich brauchte eigentlich nur gedrückt halten willkommen zurück wb uwe auf auf hat ab Lebt noch! Mal lange! So hab ich nicht aufgepasst. Mhm. Kommst du draußen klar? Mhm. Noch! Was sind die scheiß Dinger, die so viel Schaden rausschmeißen? Ja, wärs bloß inner gewesen, hätte ich die ja jetzt grad noch geschafft, aber... Uh! Wie heißen die Dinger? Rattenkönig. Nee, ich hab's so lange abgeblich. Also heute ist irgendwie der Futter-Stream oder so, ich weiß auch nicht. Was? Bist du schon wieder dort? Ah ja. Das war schon. Irgendwas machst du falsch. Das sind die scheiß Käfer hier, wo ich bin. Ah ja, die sind übel, die Käfer, ja. Ah ja, das sind halt beschworene Einheiten, die machen immer übel viel Schaden. Ah ja. Ist doch nichts Neues. Ähm, was war das vorhin mit dem braunen Gegenstand? Jetzt hab ich Wört geschehen. Mit dir spiele ich nicht Wüter, jetzt geh ich raus. Wir haben Baal und seine Armee getötet, was es heißt gegen wahre Krieger zu kämpfen. Jo. Hier krieg ich das. Ist nice. Ach nee. So Uwe, dann lass ich's dir mal schmecken. Dum dum dum. So. Zum Glück ist die Konne nicht da. Wieso? Ja, wisst doch, wie oft sie, äh, leckend ihre Gegenstände findet. Oder hast du schon vergessen? Ja. Oh. Da, da müsste ja jemand jetzt schmachten. Warum? Der Uwe schreibt gerade noch, fünfzeig ist reich. Oh. 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 Ne, gut, dann mach ich mal noch. Ey, der Snuff schneit mir, der Snuff schneit mir, der Snuff, Snuff schreibt mir zurück. Der Snuff? Hm, Snuff. Wo ist denn der? Der ist oben Diablo. Ja, also der will wobei treten. Ne, ne. Ich hab ihn mir geschrieben. Ach so. Ne, ist doch schön. So. Nur das Dumme ist, meine Kröten, die springen noch nicht da hin, wo sie hinspringen sollen. Sollen sie nicht automatisch in Richtung des Gegners gehen? Ja. Normalerweise ja. Machen sie doch. Die gehen doch auf die Gegner drauf. Aua. Böser Käfer. Böser Käfer. So, ich soll euch alle grüßen. Gut, danke. Gruß Beck. Juuu. Aua. Na, wo bleibt denn der Würfel? Müsste eigentlich gleich da sein, ne? Ja. Wir sind erst da am Anfang von der zweiten Lab. Wenn wir Pech haben, kannst du noch eine Weile dauern. Hast du in 90's und schon hier den Würfel? Ähm. Ähm. Meinst du mich? Ja. Naja, klar. Ich nicht. Ich hab schon rum experimentiert, ne? Mit dem Würfelchen. Ja. Oh, jetzt rennt der. Der schon mal davon weg. Ja. Jungs. Ja, ich komme. Guck mal. Wahrscheinlich. Hat jemand Kröten bestellt? Ich hab ganz viel davon. GZ. Mhm. Ja, ja, ja. Oh. Man, ich will das eine Item wiederholen. Mann, 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 Mann. Oh, boh. Ne. So, was haben wir denn schönes? Hm. Nö. Nicht schön. Ihr Luchs, was für dich. Das drück ich auch noch drauf, weil da was geflogen haben, du. Nee, kaum nicht. Aber danke. Du hast meine Kraft wächst. Nö. Nö. Endlich. So, Stufe 13. Gibt's denn morgen was Neues? Betäubender Fall. Ole. Und Opfer. Was ist ein Opfer? Geistige Einstimmung. Uh. Du. Noch nicht bereit. Du. So. Was haben wir jetzt schönes gekriegt? Du mit deinen Telepopper hier. Hä? Was denn? Wahnsinn. Ich hab doch gar nichts gemacht. Opfer. Ich hab da nicht. Jaa. Jaa. Ne, nicht ganz. Ja, ich mein ja nicht dich. Jaa. Ach so. Noch nicht. Was ist denn hier los? Äh, keine Ahnung. Hast du grade die Verbindung verloren? doch bei mir gerade dastehen dass du jetzt online bist ich komme hier nicht raus wie du kommst da nicht raus du bist doch nee ich habe hier wieder so eine wortet käfer gehabt halt durch halte durch halte durch halte durch das ist ja ja ich brauche auch heilung endlich mann 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 los ihr kröten los so ein rattenkönig ist schon mal weg der rattenkönig das ist mir es ist kein stiebe nicht wirklich der ruft der die kleinen käfer die so viel schaden machen mein lieber so auf ins getümmel sagt man so schön das ist nicht nur wenn da auch viele gegner da sind und zwar auch 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 ja hallo hallo haara jetzt die früh von mir ich bin ich zu essen ich schmecke nicht ich schmecke nicht die haben mich mit ihnen schlag also mich noch nicht aber mich auch schon kommst nicht mal dazu hier auch mal auszuweichen wo kommt denn jetzt die jetzt her ich hatte bloß von euch kurz weggenommen drei stück okay kann es sein oder mal lieber scholli jetzt mann 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 durch einmal gestorben ich weiß nicht passiert diese verdammten scheiß käfer die machen bei mir irgendwie kaum schaden keine ahnung warum warte mal ganz kurz was hast du widerstände was los zwei also 2,91 prozent und der rüstung von 203 also dass das ziel von dem gemetzel was für eine rüstung hast du im grund nichts weiter sag mal grauwulf ja anwesend was ist das eigentlich das ziel von diesem gemetzel das ziel dieses gemetzel einfach auch irgendwie an die spitze zu kommen das erklärt das irgendwie schon ziemlich genau eigentlich wird mir oft so stark bis auf 70 und dann von 70 an wieder neu anzufangen von level 1 bis 1000 und plus genau das auch klasse ziemlich einiges das gibt probleme wollte ja nur so das sollte noch gehen dürfte aber jetzt keine neben mir machen müsste es jetzt starker geworden sein oder wie was denn dann geht es sein oder naja und dann geht es eben von vorne los also das messen die hier im diablo mitspielen ist doch meistens so ist einfach nur ein wettlauf um die zeit wer ist hier der beste wer ist der schnellste so und die ist drauf hier also es gibt hier kein ende beim leveln das leveln geht ewig lange weiter und dementsprechend tun sie auch die ganzen gegenstände der gegner auch dann halt verstärken und verbessern und das könnte eigentlich ewig so gucken ob ich was anderes rein tun kann ich will mal gucken gucken ob man hier vielleicht nicht die prügelte so drang immer ja kann auch noch der luxe sein sehr unschuldig oh sie rennen ist gleich fertig sehr nice welches verbrennt ne vom uwe 100 der hat für mich was gerendert also für mich was gemacht im video und das ist jetzt gerade das zombie angreif war das glatt ist ja wo bist denn du da oben und coming to you du kannst machen als sie sein potenzial erkannten begannen diese narren seine macht zu fürchten sie hielten ihn verborgen sogar von mir und erschufen einen weniger mächtigen ersatz in horat regiewürfel lassen sie sich viele jahre lang bedient ok bin ich schon mal sehr gespannt ein neuer handlers in der stadt wo ist denn der schon wieder hin da unten so und was kann der jetzt mit dem würfel jetzt kannst du im moment erstmal noch gar nichts damit machen ne du brauchst noch wohl gegenstände ok es ist aufregend neue dinge zu kreieren das wurde ja mal sehr interessant ach das sind die rezepte ach so und lass mich raten die kann man alle finden und kurven nee nee pass auf mein guter ich pass auf du hast du bestimmt schon offen ne naja so wenn du unten auf das schwert klickst ja klick mal drauf hab ich müsste doch bestimmt bei dir schon was aufgehend nunu ich gebe mir eine sammlung öffne also was man so schönes hatte und so ne mhm 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 haben könnte denk ich mal ja so zum beispiel nehmen wir jetzt da von der seite eins und Aschebeil juhu so Aschebeil 1,2,3 nu hab ich wie das betty irgendwo ja nee jaja steht bei mir ne und da steht doch chancen um 50% einen feuerball zu wirken ne ne genau das kriegst du aus der legendären waffe Aschebeil ah das Aschebeil musst du dann hier drüben links reinlegen nu dann brauchst du dazu wenn du jetzt unten auf das buch klickst nur die gewissen dann du daten du brauchst eine wune nachtschatten ein wandteppich verdaben heiliges wasser atem des todes nu die musst du alle reinlegen und dann musst du das extrahieren ach so ach so so und dann klick mal bei dir bei deinem charakter auf die teils jo komm mal bis ganz nach unten jo mhm kaneils eigenschaften ach so dann hast du die ähm komplett dann bei dir drauf mit ach so ist das ist ja cool gemacht mhm so wenn du bei den würfelchen weiter klicken würdest da siehst du auch noch die anderen Sachen wie sie das hinkriegt da kannst du ja hier ähm ähm äh edelsteine umwandeln du kannst aus grüne rote machen ach so auch noch au mhm 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 auch das noch mann ist ja übel also ist schon einiges dazugegeben ja ist ordentlich was dazu gekommen mhm naja dann lohnt es sich ja mal wieder was zu machen so und was machen wir jetzt da jetzt haben wir den da und jetzt jetzt geht es weiter gut D northy es enfants Bustuen hmm wenn die aus mhm mirgein ihr geht voraus und ich versuche hin nachher zu sprechen oh 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 so was haben wir denn schönes oh nice oh nice was und zwar schon das gefallen doch nicht ich war zeit sich auszurüsten nicht mal zeit seine ausrüstung anzuerziehen Da glaub ich gerade auch das Falsche drinnen. Haha. Fuck. Wie das Falsche. Sooo. Herrlich. Auf dem Level kannst du nichts Falsches drinnen haben. Doch. Ich hatte Niederstrecken drinnen statt bestrafen. Achso. Okay. Hm. Langsam mach ich ein bisschen Schaden. Wunderbar. Hm. Hm. Hast du jetzt die ganzen Sachen die hier fallen, die ganzen Metzsachen einsammeln? Nö. Ich auch. Weil die brauchst du jetzt für das Werfelschen. Achso. Ja. Ich hab jetzt so einen verrückten Köder oder explodieren. Ich hab Elite. Ja. Ich hab Elite. Ja. Ich bin bei dir. Ich hab's so. Oh. Oh. Entschuldigung. Danke. Entschuldigung. Ah. Fuck. Ich weiß, dass du Heilung brauchst. Und einschlag ich bin weg. Ich hab eine coole Fähigkeit der Prescher. Wieso? Ich muss weg. Wie, du musst weg? Guck unter den seinen Namen. Ja! Geil! Was? Wir machen uns gerade bloß über die Fähigkeit von Brefferlust. Der Bootex. Danke! In der letzten Ecke habe ich noch Zugloch gefunden. Die Reichweite ist aber auch nicht gerade weiter. Ja, von meinem... Ja doch. Du 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 du... Achtung! Eis! Ich habe es gemerkt. Es ist sehr kalt. Ich habe kalte Füße. Ja, solange du bloß kalte Füße davon bekommst, ist doch alles okay. Na scheiße, hat mich doch noch gefröstet. Und denk dran. Wenn Frauen kalte Füße kriegen, wird es schwierig. Minster. Mhm. Au! 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 Was braun ist! Uh! Andreas? Schwächelst du aber? Ich sag gar nichts mehr dazu. Uh! Wuuu! Wie bringst du sie an? Ich bin ein Unglück. Hä? Wie jetzt? Gar nicht. Ich bin ein Unglück. Nein. Sonst sammle ich doch die ganze Sache mal hin. Ich bin echt dabei. Wurste auch noch. Ich brauche mehr Zeit. Hey, mach mal. Wurste nicht mehr Zeit. GZ. Bis doch auch gleich da. Hallo! Da kommt noch Mühe. Wehe es. Wege der 100 Füße. was geht das wieder los ich habe schon das erste neue sette gefunden und wenn sie das haben willst dann erst mal nicht alle müssen wir mal 19 spiel zwischendurch da kann ich momentan das Kampagne er kann nicht nur Kampagnen wenn sie es nicht keine Ahnung kannst du kein Kaffee gelder machen wir sind ja immer drauf hier und Kampagne frei malzahlt Stufe 15 sehr nice so was haben wir jetzt schönes wartet mal kurz ok Zombiehunde nee oh doch Tollwutshunde hier haben wir jetzt Seelenfresser hier haben wir nichts meine Kröten gehen nicht weiter und hier haben wir jetzt Tastendale sehr nice oh eine gute Fähigkeit was du schon mal hier rein jetzt so na jetzt wird es doch langsam oder langsam geht es was hast du eigentlich für einen legendären Gegenstand gefunden meine Fähigkeiten denn ich hab die ich hab ne Rüstung oder ähm 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 ne flüstern wollte ich nie äh da musst du ein Chat aufmachen und dann die Gegenstände mit Shift andrücken glaube ich ja es geht zu Ende mit Shift andrücken rechtsklick ähm ich muss einfach wiederbeleben hier ist ja schlimm so netze kann ich das äh wo ist es denn du hin da das da jetzt hat ich es da ach der Aqua ist dumm ah du Kürras hat sich jetzt mal zurück nicht aufgepasst so was haben wir noch so schönes das ist nichts war da was mit intelligenz war oder was für munkner der mensch der braucht geschicklichkeit auch was wort schon was braucht den eigenen strecksten doktor eleganz oder was für dich oder theoretischer moment geht gleich los das bringt mir nicht viel weil ich hab doch schon die legendäre sondern kann schon wiedergeben so nah hat es doch hin wenn es wieder top ist es doch cool luxor wenn doch nicht jedes mal von der weg ich renne doch gar nicht na klar die erfahrungspunkte brauchst du in derselben ebene zu sein ist egal was du da bist gruppenbonus nicht mehr gruppenbonus meinst du dann ja und da ist wesentlich höher als die normalen erfahrungspunkte das so kam er ja ich brauche mehr mana ach so ich hab schon das mit denen habe ich das mal ein problem hier aber mit deinem kannst du dann später mal richtig schön packen wenn du deine wutlos hast nur ich bin bli spider hx h rx hx ja nicht schlecht ich habe die gleich gut eigentlich habe ich meinen gleich schmutz gilt wieder so ist ein schönes so wo sind sie denn die zwei ach so ist nur noch hier wir stehen alle hier wir tragen noch ein paar gegner und dann ist das hier geklärt nunu goblin wo ich habe irgendwo ihn gehört ich glaube rechts irgendwo hier rechts drin sein da oben proben erst mal hier klären ich hoffe nicht dass die uns dann in den weg kommen so moment ich muss mal schnell die fähigkeit umändern nene ja dass man dann hier so buffen können die geister segnen mich mal in gott in den haufen gegner hier ringsherum du 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 warte moment warte moment muss noch kurz was umtauschen und wir können ne klar immer drauf wo du denn und siehst du doch ja so schnell sind wir nicht mit her ich schon na du ausnahmen haben die regel du müsstest auch mit einem sprint angriff auch sofort da sein na komm her komm her komm bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier sooo jetzt die truhe würde ich mal sagen oh hab angeklickt sorry nicht gut überhaupt nicht gut au das kann ich nicht tun doch mal nicht ne ne gar nicht uuuu tschuldigung ups jetzt sind sie alle drei bei mir hallo helfer ja hier oben sind auch gefalle ich noch ich bin gleich tot ich auch ich brauche mehr Zeit ja doch au 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 ah komm wir haben schon viel Stimme ausgeschafft hier warte mal klack sein hier oder ja ja schon irgendwie wie ist das neumisch ups ah so viel zum thema das muss doch ein klack sein na ja klar ich bin doch schon wieder im roten bereich ja ich die ganze zeit uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ja noch gut die ganzen gegner klar schiebt mich rein ach ja ach ja du hast du nicht verpasst ich komme noch nicht weit kommt zurück ich will nicht schon wieder sterben fuck ich lege da wenn ich noch weiter sterbe habe ich überhaupt keine kraft noch da hat mich das eis voll erwischt das level ab hat mich gerade gerettet da kann ich schon keinen zwang aufbauen da kann ich mir kommen wb uren wenn du mir nicht alles zu bau da komme ich nicht raus ich wollte ganz hinten in der ecke dritte also ganz ruhig ich war blübchen pflücken ja ja ich hab's gesehen hinter mir naja ich war blübchen pflücken aber ich kann dir nicht sagen wo ich war ja ich war glübchen hinter dir ach oh ein gelber helm oh ein stahlhelm uh 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 ja definitiv schon wieder also ja 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 okay ja 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 So, was haben wir noch so schönes hier? Weißt du nicht, was du noch so schönes hast? Ach so. Ja, ja. Nee, nicht immer ja, ja. Ja, 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 ja. Ach stimmt, die Rezepte waren ja sowieso alle vorhanden. Stimmt ja. Ähm, nützliches. Der fehlt mir noch, wieder, verwertbare Teile. Da genau so, da genau so, und da genau so. So, wo gehst denn du hin? Wohin mischtest du denn? Äh, ich geh mal da hin. Kasterne. Mhm. Wäre so eine klitzekleine Idee. Hm, ist gut. Oh, hier regnet es von oben. So, betritt die, ähm, was? Bin hier. Wo ist denn jemand pro Luxor? Ähm. Ähm. Ja, wo ist denn das? Bei der Kasterne. Genau, das bei mir. Ähm. Echt, was ja, was? Juu.